Theodor W. Adorno, der sich zwei Jahre zuvor mit Pierre Boulez zum Gespräch getroffen hat. Eine Sendung für den Norddeutschen Rundfunk Hamburg sollte es werden. Thema Schönbergs Piero Linnea und seine Nachkommenschaft. Ich bin froh und stolz, dass ich heute mit Pierre Boulez dieses Gespräch führen kann über die alte Schönbergsche Platte des Piero Linnea und seine eigene, ganz neue. Ich bin deshalb stolz, weil die neue Platte ganz sicher zu den außerordentlichsten Leistungen gehört, die es im Bereich der Interpretation moderner Musik überhaupt gibt. Ich bin froh deshalb, weil die Aufgabe eines Vergleichs, die uns gestellt ist, ausnahmsweise wirklich einmal sinnvoll ist, weil es sich um Vergleichbares handelt, nämlich um zwei mögliche und beide Male höchst konsequent durchgeführte Grundkonzeptionen. Dabei möchte ich gleich sagen, dass es nicht angeht, der des Komponisten selbst, weil es der Komponist ist, den Vorrang zuzuerteilen. Denn ein Werk ist in dem Augenblick, in dem es komponiert, geschrieben, publiziert ist, ein selbstständiges, das von seinem Autor sich abgelöst hat, das seine eigene Geschichte hat, das sogar in sich sich verändert und gerade im Sinn dieser Veränderungen ist nun die 25 Jahre später entstandene Platte von Pierre Boulez besonders fesselnd. Ja, ich finde, ich bin vollkommen von Ihrer Meinung. Ich finde auch, wenn ich mich als Komponist und nicht mehr als Dirigent, ich fühle auch, dass mein Stück, wenn das Stück fertig ist, gehört nicht mehr zu mir, aber wenn es gibt einen guten Dirigent, ich bin froh, oder ein guter Instrumentalist, ich bin froh, einen neuen Gesichtspunkt zu haben über mein eigenes Werk. Und genau darum wird es sich handeln. Damit das hervortritt, würde ich vorschlagen, wenn es Ihnen recht ist, Herr Boulez, dass wir von den aufnahmetechnischen Qualitäten absehen, denn es ist selbstverständlich, dass eine Aufnahme nach 25 Jahren technisch unvergleichlich viel vollkommener ist als die alte. Außerdem hatten Sie die Möglichkeit, unendlich viel mehr zu probieren als Schönberg, bei dessen Proben in New York ich seinerzeit übrigens zugegen gewesen bin, also hatten dadurch schon einen großen Vorteil. Auf der anderen Seite soll man vielleicht doch auch sagen, dass diese technisch etwas rückständige alte Platte einen fast altertümlichen Reiz hat, indem sie noch auf dem Hörstreifen, also wie eine Fotografie, wie eine Daguerreotypie von Musik, möchte man sagen, sich abspielt als Bild, sich einbekennt, ein Stück Archaik des Grammophons. Dabei darf ich übrigens gleich auf etwas Paradoxes hinweisen, was uns sicherlich noch beschäftigen wird, dass nämlich auf der älteren, der Schönbergschen Platte, also der Platte seines Werkes, die Schönberg selbst dirigiert hat, die Sprechstimme mehr zurücktritt als in der neuen Aufnahme, was deshalb auf den ersten Blick paradox ist, weil ja die boulesische Grundauffassung sich von dem, was man so im Sinn einer Stilcharakteristik, das Melodramatische nennen konnte, gerade entfernt. Also meine Meinung war ganz präzis, wenn ich wollte die Schallplatte machen. Ich habe zuerst die Schallplatte von Schönberg gehört vor der Aufnahme und ich habe ganz frisch in Erinnerung gehabt, wenn ich habe selbst aufgenommen. Diese Platte war manchmal sehr scharf kritisiert wegen dieser Wichtigkeit der Stimme und man hat mir gesagt, dass die Instrumente viel zu viel entfernt waren und man hat besonders also die Platte von Schönberg als Beispiel gegeben. Aber ich habe mich in Erinnerung gehabt, die Premiere von Piero Luner, wo die Instrumentalisten waren verdeckt hinter einer spanischen Wand und ziemlich weit weg hinter der Bühne und Albertine Zeme war im Gegenteil, ganz im Vordergrund und kostümiert. Und ich wollte in der Platte diesen Charakter bringen, weil für mich das Piero Luner ist ein Stück Theater zuerst. Und ich finde, um diesen Eindruck zu vermitteln durch eine Platte, man müsste eine Art Dekor und Hauptperson haben und der Dekor, nicht im schlechten Sinn, aber im besten Sinn, war die Instrumenten und die Stimme war die Hauptrolle. Ja, also bei dem sehr stark farblichen Moment, dass die Instrumente dabei innehaben, ist der Gedanke an ein Dekor natürlich etwas, was sich ganz unmittelbar aufdrängt. Es gibt etwas wie eine Klangkulisse, ein Klangdessin und in gewissen Partien ihrer eigenen Aufführung tritt das auch sehr hervor. Aber wenn ich nun einmal auf ein rein musikalisches kommen darf, so ist es vielleicht erlaubt, zunächst einmal in ein paar Worten die beiden Grundkonzeptionen zu charakterisieren, jedenfalls so, wie sie mir erscheinen. Die Schönbergsche würde ich nennen eine Konzeption von unten nach oben. Er geht also aus von den musikalischen Einzelereignissen, von den einzelnen thematischen Gestalten und Charakteren, dann auch von den einzelnen Stücken des Pieroux, geht aus von der Expression, die ja immer am Detail naturgemäß haftet und lässt das Detail sich ausleben. Daher rührt wohl auch jenes Moment, dass die Schönberg-Platte schockierender wirkt, dass das ganze Offene wirkt nicht so integriert, aber dafür ein Moment der Aggressivität hat, dass ihre Platte, und ich sage das, wie man auf Deutsch sagt, wertfrei, ein Moment der Aggressivität, das ihre nicht ebenso hat. Während bei ihnen, und das ist bei ihnen als einem integralseriellen Komponisten ganz natürlich, von oben her, von oben nach unten gestaltet wird, also die Totale, das Ganze unbedingt den Primat hat, die Konstruktion hervortritt, es wird ein lückenloses, in allen erdenklichen Farben schillerndes, aber doch ganz ineinander gearbeitetes Ganzes erzielt, alles greift völlig ineinander, es ist so, dass also die Einheit den Vorrang vor der Manifaltigkeit hat. Ich glaube, davon sollten wir in allem ausgehen, was wir dann über die einzelnen Unterschiede vielleicht zu sagen haben, um diese Intentionen konkreter zu machen. Ja, ich bin Ihrer Meinung, ich habe zuerst die Zyklen gesehen und nicht die Einzelstücke. Und nicht die Einzelstücke, genau. Die Zyklen waren mir wichtiger als die Einzelstücke. Und zweitens wollte ich auch reagieren, aber das ist vielleicht eine französische Reaktion, weil man hat immer den Pierrot in Frankreich genommen als ein Stück Hysterie. Und ein Stück, also sagen wir, deutsche Hysterie, um ganz offen zu sprechen. Und ich wollte dazu reagieren und zeigen, dass im Gegenteil, in Schönberg gibt es überhaupt keine Hysterie in dem Sinn, wo in Frankreich man versteht es, aber im Gegenteil eine ganze Menge von Ausdrucksmöglichkeiten. Und ich habe den Akzent gegeben auf diese Diversität, auf diese Flexibilität von Schönberg, dass man ihn allzu viel steif genommen hat. Und ich finde das im Gegenteil für mich, also Schönberg ist ein Meister der Ausdrucks in allen Gebieten. Und drittens, in dieser Platte kann man auch spielen, deswegen klingt das vielleicht weniger aggressiv, weil man muss, um die Stimme ganz hervorzubringen, die Dynamik von der Instrumentalgruppe ein bisschen reduzieren. Und deswegen alle diese Dynamik bis zum Fortissimo klingen, ein bisschen dumpf, dämpfen, ja, in der Platte, weil ich muss betonen, dass in meiner Aufführung auf der Bühne ich habe zwei Gruppen, die Gruppe von Instrumentalisten links von der Bühne, ein bisschen weit entfernt, wo die Instrumentalisten können fort spielen und jedenfalls nicht die Stimme decken. Und die Stimme ist, also die Ricitant, ist auf der rechten Seite der Bühne ganz geteilt und allein für sich. Und auch ich übertreibe die Isolierung durch die Beleuchtung, weil die Musiker stehen also in Normalbeleuchtung und die Frau ist im Gegenteil von einem Scheinwerfer beleuchtet, wie zum Beispiel im Kabarett. Also alles ist für mich ganz zusammengebunden, diese optische Wirkung, die akustische Wirkung und die ästhetische Wirkung. Vielleicht wäre es gut, wenn wir den Unterschied den Hörern an ein paar Beispielen verdeutlichen würden, ganz konkret machen würden. Ich denke zum Beispiel an das erste Stück Mondestrunken. Der Dichter, den die Andacht treibt, berauscht sich an dem heiligen Tränke, den Himmel wendet er verzückt das Haut. Es handelt sich hier um eine Melodie, um eine Fortemelodie, die von Klavier und Cello ausbrechend, schwer hervortretend, unisono gespielt wird. Bei Schönberg wird dieser Ausbruch außerordentlich heftig durchgehalten und es ist wirklich, wie wenn das Ganze hier also in die Luft ginge gleichsam. Bei Boulez demgegenüber zugunsten des totalen Klangspiegels, um ihren Ausdruck aufzunehmen, abgedämpft. Es wird also nur der erste Einsatz sehr stark betont, dann aber sofort diese Fortepartie abgedämpft, vielleicht aus einer Aversion, aus einer Abneigung gegen das unisono, das von Cello und Klavier, das für uns ja heute leicht ein bisschen klingt, so wie Salonorchester. Übrigens ist es interessant, dass Schönberg, obwohl im Allgemeinen doch die Tempi rascher werden mit der Geschichte, gerade dieses Stück rascher nimmt als Boulez, was zusammenhängt mit einer Revision der Tempoangaben, die sie schon im Klavierauszug des Pierrot gegenüber der Partitur findet, die aber hier noch nicht berücksichtigt ist. Vielleicht würden Sie, lieber Herr Boulez, gerade zu dieser Sache auch etwas sagen. Ja, ich wollte zwei Sachen sagen. Zuerst, der Cello-Einsatz ist der erste Cello-Einsatz und ich finde, man muss nicht das so viel übertreiben, weil das ist schon da. Also man merkt das Cello zum ersten Mal und man hört das sofort als eine Hauptsache, ohne Übertreibung. Und zweitens, ich habe den höchsten Grad von Dynamik reserviert für die Geige, fünf Takt später, genau, wo das Molto-Ridenoto ist. Es gibt das so, das Ho-Cis in der Geigestimme und für mich, das ist jetzt richtig, die Höhepunkt und deswegen habe ich diesen Cello-Einsatz nicht so unterstrichen. Und für mich in Wirklichkeit auch gibt es diese Klang von Salonorchester, die stört mich. Und man findet es nur in dieser Stelle. Nur an dieser einen Stelle. Ja. Nur an dieser einen Stelle. Aber da würde ich nun sagen, dadurch, dass es nur an einer Stelle ist, stört es auch wieder nicht, weil es ja eine Ausnahme ist. Das stört mich nicht, nein. Das würde ich schon wieder sagen. Wer dich schafft, den die Wartung noch breit, vorraucht sich auf dem Hallen der Kraft, den Händel der Händel der Händel und der Händel und tausend und füllt er den wein' wie man will in der wein' Der Dichter, den die Andacht treibt, berauscht sich an dem heiligen Tränke. Den Himmel wendet er verzückt das Haut und taumelnd saugt und schlürft er den Wein, den man mit Augen trinkt. Oder ich darf vielleicht auch die Hinweisen auf den Dandy. Das ist das dritte Stück, übrigens eines der genialsten Stücke aus dem ganzen Pierrot, würde ich denken, das bei Schönberg die wildesten dynamischen Kontraste enthält, während diese Ausbrüche von Ihnen, Herr Boulez, etwas gemildert werden. Das ist für einen Grund, also ein technischer Grund in diesem Fall. Sie sehen, dass der Höhepunkt, diese melodische Linie in der Klarinette, ist auf Fiss, also Fiss zu hören. Und wenn man spielt wirklich Forte, das hat ein, das verdeckt vollkommen die Stimme, weil es gibt einen hohen Pass in der Sprechstimme auf metallischen Klang. Metallischen Klang, ganz recht. Und die Stimme kann überhaupt nicht sprechen auf dieser Tonhöhe. Die muss ein bisschen tiefer gehen und unter die Klarinette, die ist nicht mehr zu hören. Und deswegen habe ich die Klarinette ein bisschen zurückgetreten, um diesen metallischen Klang in der Stimme ganz durchsichtig zu hören. Ja, also da konnte man eine lange Diskussion anknüpfen, von der man nur vielleicht das Thema bezeichnen darf, ob man nämlich wirklich in diesem Fall die rein kompositorische Idee der Möglichkeit der Ausführung unterordnen darf, wie sie es hier, und ich würde sagen, dass es sehr westlich gedacht unterordnen darf, während Schönberg im Sinn des beethovenischen Satzes, dass man nicht an seine elende Geige denken soll, wenn ihn der Genius gepackt hat, Schönberg eher dazu tendiert hat, also hier das Wilde selbst dann hervorzuheben, wenn bei der Fortestelle metallischen Glanz die Stimme nicht so durchkommt. In trümender, bronzener Schale lacht, hey, die Volkene, metallischen Glanz. In trümender, bronzener Schale spielt sich ab auf dem Höhepunkt von Nacht, der Passacaglia in Takt 16, wo also auch der große Pianist Eduard Steuermann, der ja den Klavierpaar bei Schönberg gespielt hat, ein unbeschreibliches dreifaches Fortissimo gibt, während sie eher eine Tendenz haben, auch dies Fortissimo abzublenden, was übrigens schon deshalb sinnvoll ist, wieder rein von der Ausführung her, weil ja ein solches Fortissimo eine Art Nachhall hat, der, auch wenn man dann nachlässt, das darauf folgende Pianissimo, obwohl es erst folgt, immer noch überblenden würde. Aber auch hier ist ein solcher Unterschied. Aus dem Quallen verlorener Tier steigt ein Blut, in Röntgen, in Röntgen, in Srech war verwiesen, an der Kühle, der Kornel war. Aus dem Qualm verlorener Tiefe steigt ein Duft, Erinnerung mordend. Finstre schwarze Riesenfalter tötete der Sonneglanz. Aber ich weiß nicht, ob wir zu lang bei diesen Dingen bleiben dürfen, obwohl es für uns natürlich das Interessanteste wäre. Nur wollte ich nur eine ganz allgemeine Bemerkung machen. Ich habe auch in meiner Partitur ganz absichtlich Inegalität, wie sagt man, Ungleichheit geschrieben, aber ganz absichtlich. Ich glaube, dass in Schönberg diese Sachen sind nicht absichtlich. Das ist nur einfach eine Sache, wie kann man das sagen genau, nicht ganz vollkommen durchkonzipiert. Sondern Sie meinen das Zufall? Das ist Akzidente. Ja, also ich würde schon denken, dass das Ensemble, das am Werk war, also Schönberg, Kohlisch, Steuermann zusammen, sich jede Sache sehr genau überlegt hat. Ja, aber nach der hat er nicht korrigiert auf der Partitur. Aber es kann dann immer passieren, und das ist ja überhaupt bei allen Aufführungen so, dass wenn man sich eine Sache noch so genau überlegt und so recht gelegt hat, es dann doch, und darin liegt auch etwas Gutes, es anders wird, als man es sich eigentlich vorgestellt hat. Ja, das... Das liegt ja, manchmal ist ja das, was dann zufällig geschieht, besser als das geplant. Ja, also Zufall ist ja eine gute Hälfte... Zufall ist ja keine schlechte Kategorie. Nein, nein. Wem sage ich das, Herr Buhl? Aber ich darf noch vielleicht, damit auch die, die nicht auf diese Einzelheiten einzugehen willens sind, genau merken, worum es geht, auf etwas sehr Klotziges aufmerksam machen, nämlich auf die berühmten Terzen. Ganz am Schluss des Piero Lunaire, dieser berühmten Terzen in o'alter Duft, also von in Takt 26 und 27. Es steht da a tempo, also wieder das rasche Zeitmaß des ganzen Stücks. Schoenberg nimmt das ganz brav a tempo im Hauptzeitmaß, während Ihnen offenbar diese Terzen doch also kaum mehr erträglich sind und Sie deshalb den Einsatz a tempo schneller als das Zeitmaß nehmen, um nur so rasch wie möglich drüber wegzukommen, nach dem englischen Prinzip oder amerikanischen Let's get over with it. Und ich glaube gerade das ist äußerst charakteristisch am Schluss dafür, dass für Sie eben doch der Gedanke an die Totale im Vordergrund steht. Vielleicht das ist nicht ganz bewusst, also ich glaube mehr, dass ich wollte das Tempo wieder fassen, wieder packen, um diese Molto Retenuto, damit das Klavier wirkt nicht genau zweimal wie die Zertens vorher. Ja. Und träum hinaus Es ist aber vielleicht noch wichtiger, um diese Unterschiede zu bezeichnen. Wenn man wenigstens einmal darauf eingeht, wie Einzelgestalten behandelt werden. Ich möchte hier wenigstens ein paar Takte herausgreifen aus der Bar Karol Heimfahrt. Der Mondstreif Die Klarinettenmelodie hat dabei jeweils tiefere auftaktige Noten, die durch die schlechtere Registerlage auf der Klarinette eine gewisse Tendenz haben, gegenüber den höheren Noten, gegenüber den höheren Noten abzufallen. Lieber auf diese Auftaktakten, damit nicht sozusagen überstarke Punkte innerhalb der Melodiebildung entstehen. Sie lassen sie lassen sie also eher fallen. Ich glaube, das ist auch für diese Stildifferenz sehr charakteristischer Unterschied. Er ist deshalb wichtig, weil das dann dazu führt, dass bei Ihnen die Einzelgestalt, diese Klarinettenmelodie, dann nicht die Wichtigkeit hat, gegenüber dem ganzen Stück, die sie in der Schulbergschen Aufführung annimmt, wo man eben doch die Einzelmelodie als solche, ja ich möchte fast sagen, wie eine traditionelle Melodie, doch sehr deutlich hört. Ja, sicher. In dem Fall, also für diese Auftakte möchte ich mich verteidigen. Ich greife sie nicht an. Nein, nein, aber ich meine nur zu charakterisieren. Nein, 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 aber ich sage nur deswegen, weil ich finde, dass diese Auftakte, besonders in diesem Fall, müssen ziemlich weich sein, weil zuerst also der Charakter der Melodie ist sehr zart und leicht getrieben. Ja, ja, und dann, das gibt diese Balancement, diese Balanzierung bei Heimfahrt, also bei dieser Baccarole, ist also gehackt durch einen zu scharf oder einen zu starken Auftakt. Und deswegen wollte ich also besonders in diesem Fall den Auftakt ein bisschen ausweichen. Ja, nun meine ich, wenn ich also einmal sozusagen den Advokaten der älteren Generation abgeben darf, diese Fragen hängen ja sehr zusammen mit den Fragen der Thematik, der Themenbildung im Pierrot. Ich würde deshalb dazu tendieren, dafür zu sein, dass man die Themen sehr deutlich ausspielt in diesem Sinn, weil die Thematik etwas so Besonderes und Charakteristisches ist, dass unendlich viel daran hängt, dass man das versteht. Es sind nämlich Themen zweiten Grades, gleichsam Themenessenzen, die wie diese kurzen Ansätze in der Baccarole geschrumpft sind oder ähnlich auch das Thema von Gemeinheit, das wie ein richtiges Hauptthema einsetzt, aber dann gewissermaßen stecken bleibt und nur in Ansätzen immer wiederkommt. Ein kurzer Ruhm, der Ruhm, der Ruhm, der Teuchelermine, zärtlich einen Schädelbord. Darauf hoppst er mit dem Daumen seinen Ängsten zu füllen, in den blanken Kopfkopfstander, dessen schreien die Luftdurchspilter. Das hängt zusammen mit diesem kristallinischen, unwirklichen Innenraum einer im Subjekt, im Einzelnen, in der Innerlichkeit wiederkehrenden, sublimierten Realität. Im Pierrot ist alles ein Reich des Imaginären und auch die Themen haben gegenüber dem, was man bis zum Pierrot für Themen gehalten hat, diesen merkwürdig imaginären Charakter. Nun, auf der anderen Seite ist gerade durch dieses über die Dinge hinweg musizieren, dieses Moment, dass man vielleicht die Unwirklichkeit des Themas nennen konnte, bei Ihnen besonders gut herausgebracht und das bewundere ich sehr. Andererseits aber fühlt man diese sonderbare Schrumpfung und Verkürzung der Themen besser, wenn man mehr bei den einzelnen Gestalten verweilt. Ich weiß nicht, ob ich mich einigermaßen deutlich gemacht habe. Ja, ich habe nicht dieselbe Terminologie wie Sie, aber ich nenne das als virtuellen Themen und nicht mehr realen Themen. Ja, genau das, aber das ist ja genau dasselbe, was ich meine. Sie haben gemeint, nur habe ich benutzt das Wort virtuell. Virtuell, ja, ja, aber wir sind... Aber ich glaube, wir sind vollkommen einverstanden. Und diese virtuellen Themen, das ist Möglichkeit von Figuren, die können sich nicht buchstablich wiederholen, wie vorher zum Beispiel die Themen. Und das ist dieses Prozess, man findet viel schärfer noch in dem Opus 23. Opus 23, ja. Das ist für mich also der Drehpunkt, wirklich viel mehr wie Piero Luner in diesem Sinn. Ja, es ist sehr gut, dass Sie darauf aufmerksam machen. Ich finde überhaupt, dass dem Geist nach der Piero Luner die Klavierstücke Opus 23 und die Serenade Opus 24 zusammengehören. Ja. Da gibt es ganz starke Beziehungen, die man immer durch den Unterschied zwischen Reihenkomposition und Nicht-Reihenkomposition verdeckt hat. Aber die Serenade ist in vielen wie eine unmittelbare Fortsetzung von Piero Luner. Ja, ich finde auch, also mit einer Einleitung die Herzgewächse. Die Herzgewächse leiten das Land. Gehört auch zu dieser Gruppe. Ja, in Herzgewächsen ist ja geradezu dieser Innenraum, in dem die Welt noch einmal im Inneren sich findet, geradezu der Inhalt des Gedichts. Ja, das ist wirklich ein Vorwort für mich, das ist ja ein Vorwort für Piero Luner. Ja, ganz recht. In dem blanken Kopfkassandos, dessen Schrein die Luft durchzittert, wurde Piero mit Heuchlamine zerherrtlich einen Schädelbohrer. Darauf stopft er mit dem Daumen seinen echten, türkischen Tabak an dem blanken Kopfkassandos, dessen Schrein die Luft durchzittert. Nun sollten wir aber vielleicht auch doch auf die Probleme im Großen eingehen, also da insofern, als es sich um die Gesamtanlage handelt. Und da möchte ich gerne mit Ihnen sprechen, wenn Ihnen das Recht ist, über das berühmteste Stück des Piero Luner, nämlich den Mondfleck. Dieser Mondfleck, der lange Zeit als unbeschreiblich kompliziert gegolten hat und es wirklich heute noch ist. Der wird von Schönberg so dargestellt, als ob er eine Klavierfuge wäre, die er tatsächlich ist, die von den beiden krebsgängigen Kanons begleitet wird. Musik Musik Bei Ihnen, Herr Boulez, ist alles gewissermaßen auf einer Ebene. Es ist nichts darin Begleitung und es ist nichts Hauptstimme, sondern alle Dinge sind gleichgewichtig und dadurch wird diese Pointierung des thematischen Hauptmodells zwar nicht erreicht, aber auf der anderen Seite eine Art Einheit des Ganzen hergestellt, wie sie in dieser Weise in der Schönbergschen Aufführung nicht vorliegt. Also nach der Terminologie des Schönbergschülers Jalowetz ist Ihre Darstellung die Polyphonere, die von Schönberg die Kontrapunktischere. Einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. So spaziert Piero im lauen Abend, aufzusuchen Glück und Abenteuer. Plötzlich stört ihm was an seinem Anzug. Er besieht sich rings und findet richtig einen weißen Fleck des hellen Mondes auf dem Rücken seines schwarzen Rockes. Warte, denkt er, das ist so ein Gipsfleck. Wischt und wischt, doch bringt ihn nicht herunter. Und so geht der Giftgeschwollen weiter. Reibt und reibt bis einen frühen Morgen einen weißen Fleck des hellen Mondes. Man könnte nun die Frage diskutieren, ob man gerade dieses Stück, das also das in sich gefangene Kreisen eines, ja, wie soll man sagen, eines in sich verblendeten Menschen darstellt, ob man das überhaupt transparent machen kann, ja, ob man es soll oder ob es nicht gerade dadurch, dass man es nicht thematisch musiziert, also nicht durchhört, sondern dass es ein unauflösliches Klanggewebe ist, ob man nicht gerade dadurch mehr diesen Eindruck des ausweglosen, kreisenden, in sich geschlossenen Gewind der Gemeinde ist. Und mein Gefühl ist, dass Sie jedenfalls eher dieser an sich zuneigen. Ja, also meiner Meinung nach, dieser Mondfleck ist nicht zu bringen, also in der ganz Klarheit. Da sind wir einig, es nicht zu machen. Übrigens ist das auch die Ansicht von Kulisch. Ja, gut, ich bin froh, dass Sie einverstanden haben darüber. Weil, sehen Sie, also von dieser Tatsache, ich werde zu diesem Punkt gehen, es gibt die Stimme, die vollkommen unabhängig ist vom Instrumenten und die muss wirklich wirken als unabhängig. Ja. Sie ist nicht thematisch. Nicht thematisch und in keiner Beziehung. In keiner Beziehung zu den musikalischen. Im Gegenteil, alle die Instrumenten haben eine Beziehung. Sogar, also wie Sie wissen, also die beiden Blasinstrumente, also Piccolo und Klarinette und Geige und Cello sind ein Spiegelbild. Und das Klavier ist rhythmisch zweimal langsamer, geht immer zweimal langsamer, wie die Klarinette und Piccolo. Wobei aber der Kanon von Klarinette und Piccolo, wenn ich das dazu sagen darf, seinerseits auf demselben Thema beruht wie die Fuge des Klaviers. Genau. Also dadurch wird der Zusammenhang zwischen beiden. Genau und deswegen das Spiegelbild von den zwei Holzbläsern ist gerechtfertigt, weil die Dauer ist genau zweimal die Dauer von Klavier. Und diese Konstruktion, ich finde man kann nur bringen, wenn man die beiden Strukturen auf derselben Ebene bringt. Man kann ein bisschen die Geige und die Cello zurücktreten, weil die haben nur Wiederholtöne, die keine thematische Funktion haben. Aber ich finde also in diesem Fall, die Piccolo und Klarinette und Klavier müssen unbedingt auf derselben Ebene sein. Auf derselben Ebene. Ja, also ich tendiere dahin, dazu mit Ihnen übereinzustimmen. Wirkt das zu primär für mich? Ich glaube auch, dass das Herausknallen der Fuge etwas Willkürliches hat, aber es ist immerhin merkwürdig, dass Schönberg eben doch so tief motivisch-thematisch gedacht hat. Und das ist ja einer der entscheidenden Unterschiede zu der neuen Komponistengeneration, dass er selbst in diesem Stück, dass eigentlich das schon gar nicht mehr war, trotzdem motivisch-thematisch im Sinn einer begleiteten Fuge musiziert hat. Also im Gegensatz konnte man fast sagen, zu dem, was er kompositorisch bereits erreicht hatte, in der Darstellung eigentlich einen älteren Kompositionsstil darin noch vertreten hat. Ja, ich glaube, es gibt zwei Artreaktionen. Ich habe manchmal mit Komponisten gearbeitet und ich bin erstaunt, weil es gibt allgemein zwei Richtungen. Es gibt Komponisten, die sagen, ja, ich möchte diese Stimme hören. Und dann nachher, ja, aber die Stimme jetzt höre ich sehr gut, aber die andere Stimme wollte ich auch hören. Und endlich hören sie nur eine ganz allgemeine Statistik, eine Musikstruktur, weil jede Stimme stört die andere. Und es gibt Komponisten, die im Gegenteil wollen immer weniger und weniger Stimmen hören, bis zu einer Hauptstimme. Und ich glaube, bei Schönberg die Tendenz, eine Hauptstimme zu haben, immer klar, ist wirklich konsequent bei ihm geführt. Konsequent. Man sieht zum Beispiel in Opus 16, er hat zuerst also nicht Hauptstimme geschrieben, nur diese Klammern. Diese Klammern geschrieben. Dann hat er nachher Hauptstimme gefunden und Weber zum Beispiel hat niemals die Hauptstimme benutzt. Benutzt. Nie. Berg im Gegenteil. Ja, Berg sehr viel natürlich. Aber die Konstruktion bei Berg, die Orchestrierung im Zoo ist manchmal so dick, dass man hat sehr, und bei Berg gibt es also sehr oft komische Sachen zum Beispiel wie eine Hauptstimme, die ist Piano und eine Nebenstimme, die ist Forte. Und für mich, also das ist unbegreiflich, also manchmal die dynamischen Beschreibungen von Berg. Und ich bin verzweifelt, wie ich kann es bringen. Sie werden merken zum Beispiel in der Opus 6, in der drei Orchesterstücke Opus 6, manchmal gibt es die Hauptstimme mit einer Flöte, beschrieben Piano, und die Nebenstimme mit einem Posaune, mit einer Trompete, Mezzoforte oder Forte, und als Nebenstimme. Und ich habe nie ganz klar gefunden, wie Berg hat sich das vorgestellt. Bei Schönberg hat das nie der Fall. Wenn er wirklich eine Hauptstimme will, er beschreibt genau die Hauptstimme, wie er will. Aber für mich, das wirkt ein bisschen zu primär, wenn man hat nur eine Hauptstimme und daneben so etwas. Ja, nein, also ich glaube, das ist mir ganz klar, und ich glaube, das wird auch unseren Hörern klar geworden sein. Nun, also daran, dass also der Schönberg seine eigene Musik im Sinn dieses Klarheitsideals dargestellt hat, während seine Musik über den Gegensatz von Hauptstimme und Nebenstimme schon herausgeht, da kann man wirklich sehen, dass es sich um ein genuines Problem handelt, wie es richtig sei, und gar nicht so um zwei beliebige Auffassungen. Ich möchte noch einmal versuchen, das Problem zu formulieren. Der Pierrot selber ist in sich doppelsinnig im Sinn eines Januskopfes. Auf der einen Seite ist er ein Liedzyklus, allerdings mit Sprech anstatt mit Singstimme, und das hat auch musikalisch die Bedeutung, dass die Stimme nicht ins thematische Gewebe einbezogen ist, mit der einen Ausnahme des übrigens auch ungeheuer schwierigen Stücks Parodie. Berg hat, von dem Sie eben gesprochen haben, hat im Unterricht immer unterschieden erlegte, darauf sehr großen Wert zwischen symphonischen und Charakterstücken. Und er nannte Charakterstücke mit diesem etwas altmodischen Ausdruck aus dem 19. Jahrhundert, Stücke, die also jeweils in sich einen einzigen Grundcharakter durchhalten, ohne in sich eine Mannigfaltigkeit zu haben. Nun ist der Pierrot zunächst eine Folge solcher Charakterstücke. Jedes einzelne Stück hat eine bestimmte Idee, wie es denn auch zwar motivische Kontraste und eine große Buntheit innerhalb der einzelnen Stücke gibt, aber nicht wirkliche Kontrastthemen. Es ist also etwa in der Blassenwäscherin die Idee eines Trios gegeneinander dynamisch völlig ausbalancierte Stimme. Oder im Krankenmond die Idee der Soloflöte. Die Nacht, die Idee der Passacaglia. Das Gebet an Pierrot ist ein begleiteter Monolog der Klarinette. Die Serenade ist ein virtuoses Solostück mit Klavierbegleitung. Die Barcarol, von der wir gesprochen haben, ein Stück, das charakterisiert wird durch wechselnde Hauptstimmen. Und schließlich das letzte Stück ist ein ganz einfaches Lied. Darin ist das Ganze den Georgeliedern verwandt, deren eines am Schluss des als erstes Stück des Zyklus komponierten Gebets an Pierrot anklingt. Und Schönberg, kann man zunächst einmal sagen, hat den Pierrot wesentlich als Folge von Charakterstücken musiziert. Wie denken Sie übrigens über das Verhältnis zu den Georgeliedern? Ja, ich finde auch, ich habe einmal geschrieben, wenn ich über Pierrot Lunair geschrieben habe, dass für mich die Georgeliedern waren die letzte Stufe für Pierrot Lunair. Ja. Das ist nur ein Zyklus, weil im Gegenteil, Pierrot Lunair hat drei Zyklen. Und auch, es ist kein Theaterstück, weil im Gegenteil, Pierrot ist ein Theaterstück gegen ein Kammermusikstück. Und für mich der Georgeliedern ist sehr nah, also wenn man will das sagen, von Dichter Liebe auch. Also der Georgeliedern ist der Januskopf, wenn Sie wollen sagen, ein Kopf in der Richtung Schumann und ein Kopf in der Richtung Pierrot Lunair. Aber Pierrot Lunair ist schon für mich etwas vollkommen entfernt, dieser romantische, von diesem Liederkreis. Ja, also ich würde eben sagen, dass die Tendenz Schönwerks zum Formbildenden, zum Konstruktiven ebenso stark ist im Pierrot Lunair wie diese Tendenz zur Formulierung einzelner Charakterstücke. Er drängt eben doch auch zugleich auf Einheit. Sinnfällig ist dafür, dass er nach der Enthauptung als Zwischenspiel von immerhin 15 Takten eine Art durchführende Choralbearbeitung des kranken Mondes bringt, die übrigens, wenn ich das sagen darf, mir auf ihrer Platte ganz besonders gelungen und besonders durchsichtig erscheint. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann ist das ganze Stück, darauf haben Sie bereits hingewiesen, in sich dreiteilig disponiert, wobei der erste Teil einen verhältnismäßig lose, präludierenden Charakter hat. Die Stücke des ersten Teils sind im Allgemeinen auch nicht so kompliziert. Der zweite ist tragisch im Sinn der Gefangenschaft und der Angst des in sich eingesperrten Menschen mit den Hinrichtungsträumen und mit zwei tragischen, tiefen Punkten, um die es gruppiert ist. Am Anfang eben der Passagallia Nacht und am Ende den Kreuzen mit den stärksten tragischen Akzenten. Und der dritte Teil, beinahe hätte ich gesagt dritter Akt, dieser dritte Teil gibt eine Art von Lösung, aber nun wieder Lösung im Imaginären. Dann ist die Heimfahrt Pierros in den Süden ist die zentrale Idee davon. Es ist so, wie wenn man zu Erwachen träumen würde. Eine Formulierung, die von Benjamin stammt, der damit den Jugendstil überhaupt definierte. Und aus der Sphäre des Jugendstils stammen ja unverkennbar die jirurgischen Gedichte, zu denen der Pierrot komponiert ist. Ja, ich wollte nur dazu sagen, dass für mich in diesem zweiten Teil, es gibt natürlich, wie Sie haben gesagt, so reine Angst, wie zum Beispiel in der Nacht oder in die Kreuze. Aber es gibt auch ein Spiel mit Angst. In der Enthauptung, ja. Wo Sie übrigens diese umirrenden Sechzehntel mit einer Virtuosität darstellen, also Sie machen daraus ein ungeheuerliches. Ah, diese, ja. Wenn ich Ihnen dieses Kompliment erzeugen habe. Dankeschön. Wir haben sehr viel gearbeitet hier. Das merkt man. Die Pianissimo und diese Stark-Akzente, die sind wirklich also für mich die stärksten Stellen im Pierrot. Das Stück ist in gewissen Sinn das stärkste. Ja, und ein Rieseneinfall für mich. Und es gibt also in Schönberg, dass André Schäfner hat das bemerkt einmal. Man braucht nur einen Stoß, Ironie, um diese Angst zu lösen. Und bei Schönberg, das ist besonders für mich, also besonders wichtig, in diesem Teil zu nehmen. Weil zum Beispiel am Schluss der Nacht dieses Forzato von Bascale Hennette und Cello ist genau wie eine Abbrechung von Angst und ganz abschichtlich gemacht, trocken zu machen. Ganz trocken zu machen. Und das, wo ich Ihnen sehr schwer ist, die Terz gleich stark von den beiden Instrumenten da. Genau, genau. Aber es gibt ein Spiel. Und manchmal, also in dieser Sache auch zum Beispiel am Schluss Nummer 11, am Schluss der Rote Messe, es gibt auch dieselbe Terminierung nach diesen blutigen Fingern und so weiter, man hat einen Furtbach, also Eindruck. Und dann plötzlich diese Flagellette und Staccato vom Klavier, Pianissimo, das ist dann Schluss, also wie ein Klack. Und fertig. Mit segnender Gebärde zeigt er den bangen, bangen Seelen, die triefend rote Häuschen. Sein Herz in blutigen Fingern zu grausem Abendmahnen. Nun, ich würde sagen, dass diese beiden Momente, also auf der einen Seite Charakterstück, auf der anderen Konstruktion, bei Schönberg doch nicht einfach einander gegenüberstehen, sondern tief miteinander zusammenhängen. Nämlich, je mehr er die Charaktere ausprägt, umso eindeutiger werden sie zugleich auch im Sinn gewisser Formtypen. Dadurch ist es kein Zufall, dass hier zum ersten Mal wieder auf mehr oder minder traditionelle Formen zurückgegriffen wird, wie die Serenade, die Barcarol, das Lied und die Polyphonenformen. So, dass also hier, wenn man will, sich gerade durch die Ausprägung der Charaktere schon jener Rückgriff auf traditionelle Formen anbahnt, der dann zumindest in dem ersten Jahrzehnt der Zwölfton-Technik bei Schönberg ja vorgeherrscht hat. Das alles hängt nun tief zusammen mit der Idee, man kann sich nicht offenbar auf der absoluten Spitze der reinen Inwendigkeit halten, sondern das Subjekt, das absolute Subjekt wird, wenn der Philosoph einmal so reden darf, seines eigenen Vermitteltseins inne. Es wird dessen inne, dass es selber eben auch in seiner äußersten Einsamkeit ein Stück Welt ist. Und es geht über, aber in seinem Innenraum zu seiner eigenen Objektivation. Und deshalb treten bei Schönberg von Pierrot ab, dann die objektiv-konstruktiven Momente aus ihrem Gegensatz hervor. Und man kann ohne Übertreibung sagen, dass der Pierrot die Zwölfton-Technik und die großen Formen bereits in sich trägt. Und diesen Aspekt, also die sozusagen implizite Reihentechnik, die in Pierrot schon drin steckt, die haben Sie nun, wenn ich mich nicht irre, mit besonderer Intensität in dem Werk ergriffen, ganz ähnlich wie Sie die seriellen Momente in Webern hervorheben gegenüber den Expressiven. Ja, in Schönberg, das interessiert mich, weil nachher zum Beispiel das Opus 22 ist wieder... Ist wieder darin, lyrisch-expressivität. Lyrisch-expressivität und viel mehr als so in Beziehung mit Erwartung oder mit Erwartung besonders. Obwohl es die langen Melodien gibt, die lang ausgesponnenen Melodien, die es in der Weise in Erwartung und glücklicher Hand nicht gegeben hat. Nein, aber ich meine, also diese konstruktive Seite ist weniger stark wie zum Beispiel in Pierrot Lunair. Weniger stark als in Pierrot Lunair. Aber man muss auch nicht diese Scholastik, also eine gewisse Scholastik in Schönberg sehen. Das ist auch vielleicht meine französische Reaktion. Weil in Frankreich für eine lange Zeit, der Pierrot Lunair hat für ein Stück, ein Meisterstück Scholastik. Ja, das ist ja... Und das ist überhaupt nicht... Das ist überhaupt das Spontanste, was man sich denkt. Genau, und ich bin sehr froh, dass Sie haben insistiert über dieses Charakterstück von der Seite von Schönberg. Weil es gibt also nur sehr wenig Stücke, die streng gearbeitet sind. Sie haben genannt die Passagay und nachher also die Nacht, Mondfleck und Parodie. Das sind die drei einzigen Stücke, die wirklich so scholastisch gearbeitet sind. Ja. Im Gegenteil, man findet eine Art, wenn ich darf das sagen, also parascholastische Arbeit. Weil er nutzt zum Beispiel kanonische Figuren, aber die nicht streng kanonisch sind. Zum Beispiel gleich am Anfang von Mondestrucken. Mondestrucken. Und um ein Sechzehntel nachschlagende, aber dann sofort wieder aufgegebene kanonische Figuren. Ja, genau, also er will nicht, man hat also den Eindruck, dass er will nicht scholastisch sein. Er will also einige, wie sagt man das, einige materiell, einige... Er will Vorteile gewissermaßen haben von den traditionellen Formenmitteln. Er will sie ausnutzen, aber ohne sich an sie zu verschreiben. Genau, weil nachher zum Beispiel, man könnte das besonders halt so in Opus 25 sehen, dass im Gegenteil, in dieser Opus 25, er ist vollkommen besessen von ein neues Scholastik. Er will wirklich ein neues Scholastik finden. Ja, das ist völlig anders. Und in diesem Sinn, also das Büro... Das alles ist hier völlig ironisch und verbrochen und nicht à la lettre zu nehmen, wie dann in Opus 25 und Opus 26. Und finden Sie nicht wie, also ich finde mindestens, dass diese Welt ist sehr nah von der Welt von Musil, für mich. Ja, also das ist mir... Das ist mir nicht einverstanden, sehe ich sofort. Das ist mir zunächst nicht, ich weiß nicht einverstanden, aber es ist mir zunächst nicht so zwingend. Vielleicht darf man aber hier doch noch ein paar Worte über den Text sagen, weil auf dem Text so herumgehackt wird und weil der Platte in ihrer bisherigen Form, ihrer Platte, ein Waschzettel beigegeben ist, in der also über den Text in der schmählichsten Weise geredet wird. Übrigens mit einigen antifranzösischen Wendungen, die ich einen Skandal finde, das muss ich schon sagen. Es geht nicht an, dass man über den Piero Lunair im Ton eines Sprechers der Volks- und Jugendmusikbewegung, also mit dem Ton eines Blockflötenanbeters spricht. Das geht also nicht und das hat etwas, wenn ich so sagen darf, etwas blasphemisches. Ich will unseren Zuhörern auch aus Zeitmangel Beispiele ersparen. Sicherlich sind die Gedichte von Giraud keine große Dichtung. Niemand würde sie dafür halten. Aber so schlecht, wie man sie macht, sind sie ganz bestimmt nicht, sondern sie sind ein großartiges Vehikel für die Musik gewesen. Es ist ja oft in der Geschichte der Musik so, dass es Dichtungen von Niveau, die aber nicht höchsten Ranges sind, den Komponisten eher erleichtern, sie in Musik umzuschmelzen als sehr große und deshalb autonome Dichtungen. Diese Dichtung hat eben doch den Vorzug, dass sie, während sie gewiss hinter dem fortgeschrittenen Schönbergschen Expressionismus, also ein Stück Nachzüglertum zum Jugendstil, zurückgeblieben ist, doch genau in sich diese Imagerie, diese Bilderwelt hat, diese gebrochene, ironische Bilderwelt, an die dann die Wiederkehr, die gebrochene Wiederkehr des Objektiven und der Reminiszenz des Objektiven von Schönberg hat anknüpfen können. Und ich glaube, wenn man stattdessen über diese Gedichte moralisiert, anstatt zu sehen, welche ungeheure Produktivität sie in der Musik entbunden haben, dann tut man dem Albert Giraud und seinem vorzüglichen deutschen Übersetzer Otto-Erich Hartleben bitteres Unrecht an. Und jemand, der also ein Werk wie den Pierre-Holiner durch seine Dichtung inspiriert hat, dem sollte man doch ganz einfach dankbar sein. Ja, ich finde auch, dass die Ästhetik von Schönberg ist viel komplizierter, wie man hat das zuerst angesehen. Und er hat viel mehr Ironie gehabt, wie man hat auch geglaubt hat zuerst. Und wenn ich meine Aufführung in Frankreich gemacht habe, ich habe die Poeme von Giraud, die vollkommen verschwunden war, wiedergefunden in die Bibliothek National. Und natürlich, also wenn man sieht die Poeme direkt, das hat überhaupt keinen literarischen Wert. Aber das ist ein Resümee einer Epoche. Und das ist viel wichtiger als Resümee, als Nachhalt, genau, als Poeme in sich selbst. Und deswegen, ich glaube, dass Schönberg hat das ausgewählt, zuerst also als wirklich ein Bild einer Epoche. Und deshalb ist das wichtig und viel wichtiger, wie das die eigene Wert, literarische Wert. Das würde ich auch sagen. Man kann vielleicht in diesem Zusammenhang noch etwas sagen über die Behandlung des Textes, nämlich die Form des Melodrans. Ich muss sagen, mir ist früher das auf die Nerven gefallen, das Geheul der Stimme, die also Töne angibt, um sie so gleich zu verlassen. Und auch sie haben ja da irgendeine Allergie dagegen gehabt. Aber je genauer man das kennt, umso mehr lernt man, wie sehr es zur Sache gehört. Mir ist das eigentlich jäh aufgegangen, erst an Moses und Aaron, wo ja der Moses, der also die Stimme des Geistes, die jenseitige Stimme gewissermaßen spricht, eben spricht und inmitten der Musik nicht singt. Der Sprechgesang hat hier, hängt mit der Intention des Imaginären zusammen. Es ist, wenn man es mit einem arg abgegriffenen Ausdruck bezeichnen darf, der es aber doch ganz gut wiedergibt, wirklich eine Art Verfremdungseffekt. Das Sprechen ist hier kein naturalistisches Sprechen, sondern gerade durch die Unangemessenheit des gesprochenen Tons an den musikalischen, kommt etwas von der Fremdheit der Musik noch viel stärker heraus, als wenn sie rein in sich verbliebe und sich überlassen wäre. Und es scheint mir nun das außerordentlich Interessante an Ihrer Aufführung zu sein, dass sie gerade dadurch, dass sie nun die ursprüngliche Idee der Sprechmelodie viel ernster nehmen, viel schwerer nehmen, als der Interpret Schönberg selbst es getan hat, dass sie also Frau Pilatschik viel mehr melodisch als einen integralen Bestandteil aussprechen lassen, als das, als Schönberg das Frau Wagner gestattete, die viel mehr zurücktreten muss, dass dadurch die Sprechstimme besonders entnaturalisiert und dieser Verfremdungseffekt besonders deutlich gestaltet wird. Man kann sagen, dass vielleicht die Behandlung der Sprechstimme gerade in Parodie, wo die Sprechstimme verwoben ist in die Musik, das Modell für ihre gesamte Behandlung der Sprechstimme ist. Das heißt, dass sie durchweg die Verfremdung der Sprechstimme gerade durch ihre Remusikalisierung erreicht haben. Und es wäre vielleicht schön, wenn Sie zum Schluss darüber noch ein paar Worte sagen würden. Ja, ich wollte sagen, dass für mich die Sprechstimme ein unreines Mittel ist, sozusagen. Ja. In dem Sinn, weil man kann auch eine Negativkontrolle haben dazu, zum Beispiel Weber hat nie auch in seinem Werk die Sprechstimme verwandt. Weil das ist also gegen einen musikalischen, also einen rein musikalischen Willen. Aber deswegen finde ich, dass dieser Verfremdungseffekt, davon Sie sprechen, man kann wirklich erreichen, nur wenn die Stimme sehr ähnlich ist von der gesungenen Stimme, aber er sich getrennt durch ein strenges Verbot des Singens. So hat es ja Schönberg gewollt, aber Sie haben sich darin strenger an seine Vorschriften gehalten, kann man sagen, als er es getan hat. Ja, aber ich habe gehört über ihn, also sehr merkwürdige Bemerkungen. Leonard Stein aus Los Angeles hat mir einmal erzählt, dass zum Beispiel, wenn man die Ode zu Napoleon zuerst gespielt hat in Los Angeles, der Schönberg selber hat Beispiele gegeben mit seiner eigenen Stimme. Und das war vollkommen anders wie notiert, weil endlich also der Ausdruck war für ihn wichtiger als die Notierung. Und natürlich, also für den Autor, das ist möglich. Aber wenn als Interpret, man steht vor einer Partitur, man muss zuerst Respekt vor dem Text haben, weil wenn man sich so weit von dem Text entfernt, dann ist es nicht mehr nötig, wirklich eine Partitur zu haben. Und deswegen bin ich vielleicht strenger, wie Schönberg. Jetzt sind Sie an dieser Stelle wirklich päpstlicher als der Papst und dadurch ist diese äußerst interessante neue Lösung, bei der Sie übrigens von Frau Pilatschik großartig unterstützt wurde. Ja, die hat das wirklich wunderbar gemacht. Ja, die hat das wirklich gepflegt. Musik Striek nadelblank und blickend in ihrem grauen Haar Sie ist die Duelle nach am Hurmel im roten Röckchen Tag Sie wartet in der Lauf, sie lebt ihr Raum mit Schmerzen Striek nadelblank und blickend in ihrem grauen Haar Da plötzlich, horch, ein Wispern, ein Windhauch Kichert, leise, der Mond, der böse Spötter Erste Nacht mit seinen Strahlen Striek nadelblick und blanke Ja, wir haben uns unterhalten über die Probleme der beiden Aufführungen des Piero Lunair Und es hat sich dabei gezeigt, dass wir von dem Werk so fasziniert waren, dass wir dabei eigentlich gar kein Ende gefunden haben Nun, dies Piero und kein Ende bezieht sich sicher auch auf das Schicksal des Werkes selbst Es gibt sicher nur sehr wenige Stücke in der neuen Musik, die einen so ungeheuren Einfluss ausgeübt haben Wie der Piero Lunair Einfluss auch übrigens auf Komponisten, die Schoenberg sehr fern stehen Wie Stravinsky Oder auch wie Hindemith zu Zeiten Die Nachtmusik, dieses kleine Intermezzo in der Kammermusik Nummer 1 von Hindemith Das fällt mir gerade ein Wäre ja auch wahrscheinlich ohne den Ton und den Charakter des kranken Mondes nicht möglich gewesen Es wäre sehr lohnend, einmal sich zu überlegen, wodurch gerade von Piero diese ungeheure Wirkung ausgegangen ist Zunächst sicher eine größere als von allen anderen Stücken von Schoenberg Ich würde denken, das hängt gerade mit den äußerst geprägten Charakteren zusammen Es sind ganz neue Charaktere geprägt worden Übrigens auch gegenüber Erwartungen und glücklicher Hand von Schoenberg ganz neue Charaktere Und diese neuen Charaktere haben die Menschen bezwungen Aber es wäre doch vielleicht schön, wenn wir so ein bisschen noch reden würden Eben über die Wirkung, die das nun auf die Komponisten ausgeübt hat Ich würde zuerst sprechen auf die Wirkung über Stravinsky zum Beispiel Ja, das ist schon sinnvoll Das ist ein merkwürdiges Beispiel, weil er hat gegen Schoenberg reagiert, ziemlich scharf zuerst Also gegen die Poetik besonders Gegen die Poetik, ja Er sprach von Oscar Wilde und Biersley Ja, und Biersley Und er hat, ich glaube also, das war die Quelle Ein riesen Missverständnis zwischen Schoenberg und seinen Schüler, sagen wir Und Stravinsky und die Folge von Stravinsky und der Umgebung von Stravinsky Das heißt also praktisch das ganz musikalische Leben von Frankreich, United States und vielleicht England auch vor dem Krieg Ich finde, dass durch diese Barrage von Stravinsky das Verständnis von Schoenberg Ist für 25 Jahre zurückgeblieben in Ländern unter einem lateinischen Einfluss von einem Russen beherrscht Ja, vor dem Russen beherrscht, das ist gar kein Zweifel Ja, und aber trotzdem, man könnte sehen in einigermassen, wie zum Beispiel den Piero-Linär hat über Stravinsky reagiert, wenn man liest die japanische Lyrik Die japanische, die beiden japanische Lyrik Trotz, man muss nicht übertreiben, dass dieser Einfluss, weil ein von der japanischen Lyrik, die erste japanische Lyrik war geschrieben, schon vor der Piero gehört hat Er hat ja den Piero in Berlin gehört In Berlin gehört in 1912 Und der erste japanische Lyrik ist in 1911 schon komponiert und die zwei anderen Stücke sind nachher komponiert worden Und man sieht, dass die einzige Interesse von Stravinsky in diesem Moment war nur die Farbe, die Instrumentalfarbe Aber trotzdem, man sieht zum Beispiel, dass in Schönberg diese Gruppe von Instrumenten sind von Brahms gekommen, sozusagen Es gibt ein Quintett, das ist nicht mehr das klassische Quintett, aber das ist ein Quintett in postromantischer Art Und im Gegenteil, bei Stravinsky, wie beim Ravel Malachmé zum Beispiel, das ist eine Reduzierung eines Orchesters Das ist ganz anders In Schönberg, die Instrumentalgruppe ist wirklich bezogen mit der polyphonischen Struktur, mit seiner Art von Redigieren, sozusagen, die Musik Und bei Ravel auch, man sieht nur einfach ein reduziertes Orchester Und vielleicht können, ich weiß nicht, ob Sie kennen das Stück, die viel später gekommen ist Das ist ein Stück von Hintermitte, Herodiad Eine sehr merkwürdige Mischung Das ist ein Melodram, gemacht über ein Poem von Malachmé Mit einem Streichquintett, Blasquintett Und ein Klavier Und sehen Sie, wie das hat so später gewirkt Und natürlich nur eine als reine äußerliche Wirkung gehabt Es ist interessant, auch der Wirkung des Piero im Schönbergkreis selbst nachzugehen Ich habe früher immer gemeint, dass mein Lehrer Alban Berg wesentlich abgezweigt wäre von der ersten Kammersymphonie Die ja auch in den unendlich kleinen Übergängen und in diesen Dingen sehr viel Bergisches hat Nun habe ich mir vor unserem Gespräch noch einmal den Piero genau angesehen Und habe gefunden, dass in dem Zwischenspiel nach der Enthauptung ein paar Stellen sind In denen der ganze Berg vorweggenommen wird Zum Beispiel Auftakt vor Takt 30 und der Anfang von Takt 30 Das ist schon vorweggenommen die Harmonie der Marie aus dem Wozzeck Und auch der Ausdruck, der sehr charakteristisch für die Marie ist, immer wieder zitiert wird Und dann ist der ganze Rest eigentlich wie ein Vorbild der Themenbildung bei Berg in dem Kammerkonzert Offenbar ist es so, dass gerade dieses leise Retrospektive in Piero Das also darin steckt, dass nun wieder lang ausgesponnene Themen Auch etwa walzerähnliche Charaktere und solche Dinge auftreten Dass das für Berg, der ja in gewisser Weise älter als Schönberg geschichtlich gesehen war So wie eine Art Legitimierung war Nun auch wieder also lange ausgesponnene Themen und solche Dinge zu schreiben Und das hat ihn sehr gelockt dabei Der Einfluss von Piero Liner war viel mehr auf Webern als auf Berg Das liegt an sich mehr zu Tage Aber ich habe es gerade deshalb hervorgehoben Weil man bei Berg mit den langen, großen Flächen Ja, den Einfluss eines so aphoristischen Stils gar nicht vermutet Aber es wäre schön, wenn Sie auf den Zusammenhang von Webern mit Piero angehen Ja, also für Webern, man sieht zum Beispiel, dass in Op. 12 oder Op. 13 Also es gibt einen perfekten Webernstil, wirklich Und in Op. 14, plötzlich, er kommt nach dem Piero Liner Das Webern ist mehr Schönberg als Webern Ja In der In Tragellieder In Tragellieder, jawohl Die Figuration, die Figuren, die Pseudo-Themen Sehr ähnlich wie ihn Die sind sehr ähnlich wie Piero Sehr ähnlich, die Komplexion der Themen ist sehr ähnlich wie Piero Genau, also es gibt nicht diese Sparsamkeit wie immer bei Webern Plötzlich gibt es also ein vollkommenes Charakterstück Auch wie Sie gesagt haben von Piero Liner Und ich finde also für mich, dieser Einfluss ist merkwürdiger Wie der Einfluss bei Berg Zum Beispiel, man kann einen sehr streng Vielleicht einen strengeren Einfluss bei Berg merken von Schönberg Das ist von Erwartung über Wozzeck Ja, das ist klar Das ist wirklich viel enger Viel enger Ich finde, das Op. 14 ist die Ausnahme Wo man kann wirklich für einmal eine strengere Wirkung Von ein bestimmtes Stückes von Schönberg kontrollieren Doch, denn ich hatte auch bei den Trageliedern immer das Gefühl Ja, ja Vielleicht darf man in dem Zusammenhang an einen Schüler von Schönberg erinnern Von dem man im Allgemeinen in ganz anderen Zusammenhängen redet Der aber genau hierher gehört Das ist nämlich der hochbegabte Hans Eisler Man kann sagen, dass Eislers gesamtes Werk eigentlich Von seiner Sonata Opus 1, seiner Klaviersonata Opus 1 an Wie unter dem Bann von Piero Liner steht Aber nun nicht nach der konstruktiv-kompositorischen Seite Sondern im Ton Der Charakter des Piero Liner Also gerade das Ironische, Aggressive Auch ein gewisser sadistischer Zug Also wie wenn eine Katze mit fürchterlichem Geschrei von einem Dach herunterspringt Und sich auf irgendein Opfer wirft oder so etwas Dieser Charakter mit einer zugleich ins Wehmütige umschlagenden Ironie Das ist der Grundton dieses koboldhaften Komponisten gewesen Und wenn man sich so, ja, es ist schwer das auszudrücken Wenn man sich so die Komplexion dieser Musik ansieht Also die sehr schnellen Staccati von Sechzehnteln etwa Dann ist das reiner Piero Liner Übrigens hat Eisler damals Das muss Mitte der 20er Jahre gewesen sein Wohl als einer der ersten außer Schönberg und Webern Eine Zwölfton-Komposition geschrieben Nach Palmström-Gedichten von Morgenstern Die ebenfalls Melodramen sind Und ganz unmittelbar an den Piero Liner Auch in der Technik angeknüpft haben Nur mit dieser charakteristischen Wendung Die ja dann sehr oft kam In der Folge, dass Komponisten die schönbergschen Modelle Aus der freien Atonalität aufgenommen haben Aber dann gewissermaßen in Zwölftontechnik übersetzt haben Also Eisler war sicher einer der charakteristischsten Gefolgsleute des Piero Liner Anström wünscht sich manchmal Auf zu lösen Wie ein Salz in einem Glas Wasser So macht Sonnenbund und Sonnenbund und Sonnenaufgang Und dann wieder aus dem Wasser steigen Will uns im Streben Hal reflections Like và nhau Rudrow So macht YouTube So macht get vendo Wie ein Salz in orange Je profitability So macht用 Che X скор Le Aber ich glaube, nun wäre es an der Zeit, dass wir von dem weitaus wichtigsten Werk doch etwas hören, das mit dem Pierrot in einem tiefen Zusammenhang steht. Und das ist ihr eigenes Werk, eben der Marteau Saint-Maitre. Wobei übrigens zu sagen ist, dass auch zwischen dem Surrealismus von René Char und den doch zum Teil sehr exponierten Jugendstilgedichten von Giraud unterirdisch ein gewisser Zusammenhang besteht. Also gewisse Oberflächenzusammenhänge, wie dass es beide Male ein Stück für Stimme und Flöte Solo gibt und dass die Flöte dabei äußerst aufgelöst behandelt ist, das liegt ja auf der Hand. Es liegt auch auf der Hand, die Tendenz, allmählich von lyrischen Stücken zu symphonischen, größeren Einheiten überzugehen. Aber das alles trifft nicht das Tiefste dieses Zusammenhangs. Und ich glaube, niemand wäre berufener, darüber nun wirklich was zu sagen als Sie. Es gibt natürlich eine oberflächliche Ähnlichkeit, das man ganz hohe Wort spüren kann. Das ist ein Stück für ein Stimme und eine kleine musikalische Gruppe. Und dann Besetzung. Und dann, es gibt also auch mehrere Stücke, mehrere Zyklen sozusagen. Aber es gibt große Unterschiede trotzdem. Es gibt zuerst also zwei abstrakte Zitaten. Das erste Zitat ist ein Stück für Flöte und Stimme. Das hat überhaupt nicht mehr mit der Musik selbst von Schönberg zu tun. Gar nicht. Aber nur diese Besetzung. Diese Besetzung. Und dann auch die Idee von einer Reihe von Stücken, die immer eine neue Besetzung brauchen. Also wie in Pierre Rolinaire, jedes Stück hat eine einzelne Besetzung. Das ist übrigens eine Idee, die dann auch Berg für die wechselnden Ensembles in Wozzeck und in Luz. Genau, genau. Und auch im Kammerkonzert zum Beispiel das Klavier zuerst, dann die Geige und so weiter. Die Geige und dann beide zusammen. Ja. Und Weber in allen Lüderzyklen, das ist auch basiert auf diesen Prinzipien. Und ich finde, dass es gibt einen großen Unterschied. Der große Unterschied ist zuerst, dass die Stimme ist nicht die Hauptrolle mehr. Wie ich gesagt habe über Pierre Rolinaire, Pierre Rolinaire ist ein Stimme und ein Gruppe. Und bei mir im Arteau, es gibt ein Stimme und eine Instrumentalgruppe innerhalb einer großen Gruppe. Also die Stimme ist nicht wichtiger als die Flöte. Und man kann es merken, dass am Anfang die Flöte und die Stimme sind auf derselben Ebene. Also die Stimme hat natürlich seine eigene Möglichkeit, Wörter zu geben. Und am Schluss, in dem letzten Stück, die Flöte nimmt sozusagen die melodische Seite der Stimme und die Stimme geht zur Instrumentalbesetzung, weil die Stimme ist nicht mehr artikuliert, ist so Bocacusa gebraucht. Und deswegen von Anfang bis zum Schluss in diesem Stück eine Dialektik, die macht die Stimme allmählich wie ein Instrument. Ich darf vielleicht da auf etwas aufmerksam machen, was mir sich aufgedrängt hat, was aber vielleicht ganz abwegig ist. Ich konnte mir nämlich denken, dass gerade zwischen der Behandlung der Singstimme bei Ihnen und der Behandlung der Sprechstimme im Pierrot ein gewisser Zusammenhang besteht. Die Art, wie soll man sagen, der Instrumentalisierung und in einem sehr bedeutenden Sinn dadurch Denaturierung der Singstimme, die im Marteau ist, der ja eine ganz spezifische, mit nichts zu verwechselnde Art der vokalen Melodiebildung hat, die erinnert, wenn an etwas, noch am ehesten an den Denaturierungsvorgang der Sprechstimme im Pierrot Lunair. Also wenn die Sprechmelodien des Pierrot gewissermaßen wieder zurückübersetzt wurden in nun auch thematische und motivische oder reihenmäßig zusammenhängende Gesangsmelodien, dann sehe ich gerade von dort aus einen Weg von der Sprechmelodie des Pierrot zu ihren ja also von dem naturalistischen Singen völlig emanzipierten Gesangsmelodik in dem Marteau Sonnett. Ich wollte auch dazu sagen, dass bei mir die Stimme ist nicht auch dabei, nicht immer dabei. Also es gibt rein Instrumentalstücke und das ist, also wir haben gesprochen auch über Charakterstück und Symphonischstück. Bei mir also, es gibt kaum mehr Charakterstücke, also die Charaktere ist schon also wirklich in der symphonische Charakter eingegraben. Ja. Und manchmal, ich brauche nicht mehr die Stimme dafür und deswegen, also es gibt rein Instrumentalstücke. Und dazu, Sie können auch ein Parallel machen, weil es gibt drei Zyklen in Pierrot Lunair. Ja. Es gibt auch drei Zyklen in Marteau. Aber die drei Zyklen sind nicht hintereinander, aber sind zusammen gemischt. Und deswegen, es gibt in dem Stück eine andere Dimension, die nicht mehr linear ist, aber die wirklich also hat einen bestimmten Raum hat. Und ich finde also, diese räumliche Struktur, meine drei Zyklen, ist vielleicht die Hauptentdeckung und die Hauptunterschied zwischen den beiden Stücken. Ja, es ist vielleicht gerade also angesichts der vordergründigen Ähnlichkeit wichtig, dass man auf die Unterschiede hinweist. Mir hat sich immer wieder bei Marteau etwas sehr aufgedrängt. Dass nämlich das Stück, das ja zum Anfang auch aus kürzeren Einheiten besteht, dann immer mehr sich in längere Einheiten verwandelt und dass es dann ja so eine Art von Finale, also einen wirklich großen Schlusssatz ausbildet. Also dass es dadurch in die große Form übergeht, während das ja bei Schönberg im Sinn des Prinzips der Charakterstücke im Piero Lunair ganz vermieden ist. Das erinnert eher an Berg, der bei dem ja auch sowohl in Wozzeck wie in Lulu erst sich relativ kurze Ansätze, also eine Suite im Wozzeck und diese lose hinmusizierte erste Szene in der Lulu findet. Und dann allmählich gewinnt es immer mehr Momentum, es gewinnt immer mehr Schwerkraft aus sich heraus und erzeugt dann gewissermaßen diese großen Bögen. Also der Marteau ist schon, könnte man vielleicht sagen, der Übergang des Typus des Charakterstücks in den Typus des Symphonischen. Ja, und Sie haben recht... Ich meine Symphonisch in diesem Sinn. Zum Beispiel mit der Stilistik von Berg, das hat mich immer fasziniert, was für ein Reichtum in der Gesamtorganisation er gehabt hat. Das ist nur zum Vergleichen mit dem großen Konstrukteur wie zum Beispiel Proust und Joyce. Das ist also genau dasselbe Denken sozusagen. Er macht das sehr viel, weil bei ihm auch, das ist ein genau treffender Vergleich, weil bei ihm auch wie bei Proust die unendlich verschlungene und minutiöse Detailarbeit, die also in die kleinsten Dinge sich verliert, entspricht dann einer ungeheuren Architektur, die das alles zusammenfasst. Also es gibt eine Art von Kontrapunkt zwischen Mikrostruktur und Makrostruktur bei Bern. Ja, also ich würde sagen, also für mich der Traum wäre, also das ist vielleicht eine Dummheit, aber ich möchte das ganz grob sagen, zu mischen, Bruckner mit Webern sozusagen. Bruckner mit Webern, ja, ja. Nein, aber jetzt wäre es mir recht, also ein Riesenraum, wo man kann plötzlich kleine Einzelheiten finden, die so plötzlich so charakterisiert sind, die isolieren sich von dem ganzen Raum. Aber es muss ein sozusagen mehr oder weniger undeterminiertes Raum, etwas also Amorph und dagegen Kleinstücke, ein sehr akut morphologisches Stück. Ja, ich darf vielleicht dir sagen, dass der Traum einer Einheit von Bruckner und Webern dem Webern gar nicht so fremd gewesen wäre und so paradox, wie er klingt, denn Webern hat das leidenschaftlichste Verhältnis zu Bruckner gehabt und ich habe überhaupt erst durch Webern Bruckner verstehen gelernt, nicht umgekehrt. Ach so. Wie Ben hat mich Bruckner verstehen gelernt. Ja, das ist wirklich, für mich, also, das wäre, sehen Sie, also diese Möglichkeit, wie zum Beispiel ein Stück wie die Cello-Stücke von, ja, wirklich, also das Allerkürze kann man finden, innerhalb einer riesen Symphonischen Bewegung sozusagen. Und ich glaube, das ist für mich, das ist die, und ich habe das zuerst versucht zu machen, in einer ganz unbewusst Art in dieser Zeit, zu finden, also Stücke, die wirklich nicht homogen sind, in diesem Sinn. Nicht nur eine Diskrepanz, oberflächliche Diskrepanzen, aber wirklich in sich, also basiert auf einer Unomogenität. In sich sozusagen in sich fragmentierten, in sich intentionell unstimmigen Stil. Ja, und ich werde finden, das muss auch reflektiert werden in der Welt von Tonhöhen oder von Dauern. Zum Beispiel, ich meine, wenn man spielt für eine Weile in Halbton, guckt man an diese Welt in Halbton. Und plötzlich, wenn man würde zur Verfügung haben, Mikrotöne, dann muss man also die Musik nicht nur mehr so polyphonisch haben, um die Feinheiten von Intervallen zu hören. Man könnte nicht mehr polyphonisch schreiben und man müsste ein bestimmtes Tempo, um diese kleinen Intervallen zu hören. Und plötzlich, wenn man kommt wieder zum Halbton, man kann alle diese anderen Dimensionen rekuperieren, aber diese Feinheiten von Intervallen verlieren. Sehen Sie, was ich meine als unhomogen jetzt? Das ist nicht nur ein Konzept von Form, das ist auch ein Konzept von Realität. Der gesamten, der gesamten klanglichen Realität. Ja, wie zum Beispiel, das hat mich also immer beeindruckt, Sie waren sicher in Brüge. Und wenn man sieht die Memling-Bilder und man muss eine Lupe bringen und man sieht plötzlich ein Detail sehr genau. Genau. Und dann nachher, wenn man nimmt die Lupe weg, man hat wieder also das ganze Bild. Und ich finde, dass in der Musik, man hat überhaupt über diese Dimensionen überhaupt nicht gespielt bis zum Jetzt. Also die Musik plötzlich unter einer Lupe zu haben, um eine nicht homogene Dimension zu haben, aber trotzdem, die ist wirklich eng verwunden mit der anderen Dimension. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mit einem Satz aus dem Marteau Saint-Metro ging es zu Ende das Gespräch, das Thierry Adorno und Pierre Boulez 1965 für den NDR Hamburg aufgenommen haben, Thema Arnold Schönbergs Piro Lunaire und seine Nachkommenschaft. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018